...ungefähr die Hälfte unseres Umsatzes, die 2009er zahlen ca. 35 Milliarden, davon 11 im indirekten Material, also Services und solche Themen, full, direct und im Wesentlichen Rohmaterialien und Komponenten, die wir über die Sektoren verwenden, und dann eben sektorspezifisches Material vom Glas über den Medizindetektor bis zum Wärmetauscher fürs Großkraftwerk.